So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerin, zurück zu die Siele 1. Wir haben unsere erste Schlacht hier gegen Gelb gewonnen, es war relativ... Ja, ne, eigentlich brauchten wir das Granit, genau deswegen hab ich's gemacht. Unser Goldvorkommen ist leider deutlich schlechter, als ich mir gewünscht hätte. Deutlich schlechter. Das ist ein Riesenproblem. Hilft nichts, damit müssen wir jetzt arbeiten. Ähm, die Frage ist, ob wir versuchen hier hoch zu pushen. Hier, hier ist nämlich Gold, man sieht's jetzt grad nicht, aber hier ist ein Goldvorkommen bei Violett, hier irgendwo. Probieren wir's. Das Problem ist, ich glaub, wenn wir das einnehmen, kommen wir gar nicht nah genug an unsere Grenze ran. Sagen wir einfach mal Hallo. 16% Das ist nichts. Das ist absolut nichts. Ja. 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 Ich bin gerade bloß ein bisschen ruhig, weil ich leicht frustriert bin. Ah, hier sind wir. Warum kommen da solche... Was ist denn da falsch eingestellt? Immer die stärksten. Den musst du schon schlagen. Das war scheiße. Die müssen hier noch verstärken. Ja, witzig. Okay. Ja gut, das ist was anderes. Das war scheiße. Yes! Zweiter... Sollte gehen. Nein, das verkacken wir. Ja, Emma, das war doch schon... Okay, komm schon. Hi. Es liegt so... am schloss oder liegt am schloss gut aber wir sehen auch dass wir so erfolgreich sein können gut und wir haben den bereich jetzt nicht so essentiell für rot aber wir haben den bereich abgesperrt einfach so querfeld ein uns durch pushen ist ja auch ein schmarrn das ist zu nah es ist gefährlich eigentlich gefällt es mir nicht dass wir das machen aber okay irgendwie brauchen wir auch mal lager rot die ewige nervensäge rot da hinten stören sie mich noch am wenigsten aber hier gehen sie mir auf den sack da hinten können sie treiben was sie wollen aber das ist mir zu nah an unseren hauptgebäuden an unserer ganzen an unserer ganzen dinge wirtschaft hier und die die hören auch nicht auf gern 27 prozent okay langsam steigt dass das gold dort das ist schon mal gut das sollte verlieren wir können natürlich auch das spiel ins unendliche rauszögern und einfach ewig lang dieses an diesem kleinen gold vorrat schöpfen würden wir auch gewinnen am ende gewinnt ja trotzdem das ist ja kopfweg sprung aber ja will man das woher nehmen die die kraft jetzt muss unser general regeln komm du machst es aber woher nehmen die die kraft wir könnten natürlich im angriff auch immer sichern und laden nein das haben wir schon mal gesagt dass man das ist dann tun hat das ist wirklich tun warum sich da unten schon wieder den rekruten anmarschieren da warum warum jetzt haben wir da drüben zwei rekruten drin ist das ist euer ernst freund wir mausern uns so ein bisschen durch mit dem gold das wir aus der mine schöpfen alles zugebaut da oben brauche ich keine schmiede bauen ja wobei wenn es das eisen da schon hoch bringen direkt schaden tut es ja auch nicht hier drüben kann man leider sehr wenig machen hier noch ein lager hinbauen rot ist glaube ich ein bisschen beleidigt rot ist so ein bisschen beleidigt durch den anfangspush den sie verkackt haben durch äh äußerst faire spielweise deswegen sind sie so ein bisschen stinkig und halten sich auf die art ganz dezent von uns fern rot hat mehr häuser mehr als wir aber mehr nonsens oder ich meine wir sind ja schon relativ gut zugebaut und wir haben schon viel haben wir noch eine sense wir können da drüben noch ein neues holzvorkommen bauen aber wir sind so gut mit holz das ist unsinn weil holz ist absolut kein mangel da den greifen wir an freunde da schau dir das an wie zugebaut die map auch ist ja entweder wir drängen rot weit ich meine rot hat nur einen soldaten gut die gelben auch der könig macht auch nicht viel außer dumme in der gegend rumschauen aber ich wäre halt begierig auf das gold vorkommen ob wir das entscheidend abschöpfen können wir ein anderes thema weil wir haben da oben halt keine nahrung der bereich wäre eigentlich ganz schön ich versuche mal die bäckerei zu pushen da kriegen wir die bäckerei weg aber das wird da oben ist noch eine das ist nur die sekundärbäckerei aber dann können wir unsere schmiede schützen und das gewässer weiter für uns beanspruchen ist doch auch gut so Die Generäle. Die Generäle sind die Monster des Spiels. Die Generäle sind die Monster des Spiels. Schaut euch die Lager an. Alter, dem geht's gut. Dem Kollegen geht's gut. Willst nicht meinen. Es ist Zeit. Es ist Zeit, Granit in Bergwerken abzubauen. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Ja, wir mausern uns hier unten durch ihre rote Mauer, wenn man so möchte. Aber viel erreichen tun wir damit ja auch nicht. Aber es sind halt überall ihre Gebiete eigentlich echt gut. Ja, sie haben alle zwei Meter, hat er was gebaut. Er schützt damit halt hier die Kohle. Er macht nur Kohle. Er baut nur, er kann keine Soldaten produzieren, weil er baut nur Kohle ab. Leute. Ähm. Stopp, stopp. Habe ich das richtig gesehen? Kohle, 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 Kohle. Er baut keinen Dinger. Er ist nicht in der Lage, Soldaten zu produzieren. Das wäre der Hammer. Okay, nun wieder kommt ein bisschen Gold rum. Ja, es schwankt. Es schwankt. Der Goldkurs ist definitiv nicht stabil. Er ist nicht stabil. Aber wir stehen stabiler da als unsere Gegner. Er baut und baut weiter wie blöd. Und er hat einen Haufen Soldaten. Nimmt er jetzt die? Nein, die haben eine Verbindung geschaffen. Wie genial. Okay, das... Das sehe ich ihnen jetzt hoch an, aber ich muss trotzdem auf die Fresse geben. Ich will dieses Gebiet. Ich will dieses Gebiet, weil da ist irgendwer. irgendwo Gold versteckt. Und ich will das haben. Und da die Violetten daraus nichts machen wollen, will ich's. Ich weiß zwar bis heute nicht, wo die den Steinvorrat auf einmal hernehmen. Urplötzlich konnten sie... Also es fehlt ihnen hier wieder, oder? 92%. Sie schicken Rekruten. Das ist doch scheiße. Aber warum denn? Was für ein Müll? M – Ichin-M after sah- M-M da? Ichin-M再ub. Und ver. Das ist doch dell. Wie. Und wenn er will ich das. Ichin-M nach. Von gin. isch. Ein… Ich bin halt eigentlich so ein bisschen am überlegen, wie ich die Roten nochmal stören kann. Das Ding ist, wenn wir die ganzen kleinen Dinger hier einnehmen, die Baracken, haben wir ultra viele Baracken an ihrem Schloss und dann können wir einen Schlossüberfall mal machen. Ich meine, wir mausern uns ja mit dem Gold immer so ein bisschen durch. Es ist nicht viel, aber wir mausern uns durch. Geht euch jetzt die Kohle aus, oder? Okay, einen haben wir geschlagen. Wenn wir den jetzt erobern, haben wir sogar den Fisch dazu. Das verlieren wir. Und da oben ist dann gleich die gelbe Grenze. Die haben auch nur ein Soldatbauer. Das schauen wir uns jetzt noch an. Dann ist gut für heute. Was ist los? Ach, wir greifen da ja auch an. Ja gut, den Rekruten, der wird's nicht reißen. Ciao. Er hat gut gekämpft. Muss ich ihm lassen. Ist da noch ein Offizier? Ist das der orange Schopf eines Offiziers hier? Oder Eigelb. Das macht er stark. Das macht er überragend. Geil. So. Ähm, jetzt muss ich gucken. Ich lass euch mal hier alleine Freunde. Oh, die hatten Gold da drin. Ja gut, die haben Standardgold gehabt. Und das da unten haben wir auch eingenommen, oder? Geil, Freunde. Sehr schön. Ja, da kann man doch sagen, das läuft doch halbwegs. Wir pushen die Gegner zurück. Nach kleinen Anfangsschwierigkeiten. Aber wir stehen richtig gut da. Wir haben allen schon mal ein bisschen auf den Kopf gegeben. Ganz minimales Goldvorkommen. Aber wir merken, es stört uns eigentlich nicht. Unsere Schmieden arbeiten. Es geht alles voran. Ich freu mich aufs nächste Mal. Ich freu mich auf nächste Woche. Die Siedler 1. Es sieht richtig, richtig gut aus in diesem 15. Level. Haut rein. Euer Udi. Let's Play. Ciao, ciao. 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 Ciao.